Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert Da drüben gibt es Wasser Ja Ist das deine Insel? Ja Die sehen aus wie Zähne Eine Zwei-Zahn-Insel Ich glaube Ich habe sie schon mal gesehen Auf einem Gemälde In Vaudan's Labor Sie ist also echt? Ich mache das Seid bitte vorsichtig Ja Fertig So schnell? Ha Dankeschön Du bist gut darin Und ohne dir weh zu tun Hast du gut gemacht Also mein Herr Wir müssen eure Insel finden Ja Ja, liebe Freunde Da haben wir nicht nur unsere Mutter Sondern auch den guten Lucas zurückgelassen Das tut mir ein bisschen leid mit Lucas Aber nicht mit unserer Mutter Kommen wir auf eine Insel Mit dem Boot Wenn wir wissen wo es ist Und wir suchen nun Hugo's Insel Hugo's Boah, wunderschön Na komm Du magst Blumen Boah, sieht das geil aus hier Aber Was wenn ihr Boot sinkt? Hugo Wissen sie wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts Versprochen? Ja Warte Siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist Bin ich nicht Selber Dann beweis es Drei Zwei Eins Hey Du Du bist selber ein Angsthase Hoffentlich blutet es nicht wieder Ich gewinne Halb so wild Oh, der hat ja Da hat er sich Gas gegeben, der gute Hugo Nicht lustig Doch Irgendwie schon Hast du dir weh getan? Nein Oh Sieh mal Das ist eine schöne Feder Sie ist so weich Und blau Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein Siehst du? Oh Ja Wir suchen nach weiteren Nestern Da finden wir bestimmt mehr Federn Ja Bis dahin Mach ich aus dir einen Einen Vogel Einen Rittervogel Ja Ja Apropos Ich hab bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden Willst du sie? Hm Ich glaub ich mag lieber Federn Oh Na gut Das war ein tolles Rennen Ja War es Du hast noch Schmerzen Nein Was am meisten schmerzt ist Dass ich ein Angsthase bin Aber ein lieber Angsthase Das ist aber nett Oh schön Nächstes Mal lass ich dich gewinnen Oh nein Nächstes Mal bist du dran Oh Hörst du das? Was ist das? Gesang Klingt nach einer Messe Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen Was ist das? Ein Markt Nein Hier gibt es keine Stadt Aber der Gesang kommt von dort Sieht aus wie ein kleines Dörtchen Ja Oder ein kleines Zeltlager eher gesagt Guten Tag Kann ich etwas für euch tun? Hallo Ja Wir haben uns wohl verlaufen Warum singen die Leute? Oh Weil Messe ist Wir sind auf Pilgerfahrt Also beten wir für eine erfolgreiche Reise Oh Ihr seid auf dem Weg nach Rom Ganz genau Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel Wir wissen nicht viel darüber Unser Anführer Perreux kennt die Umgebung gut Er hilft euch sicher Du findest ihn in der Nähe der Ruinen Er liest die Messe Ruht ein wenig im Schatten Ihr seht mitgenommen aus Äh ja Danke Danke Gern geschehen Ich weiß Ja nicht Macht für mich so einen Befremdlichen Eindruck So ein bisschen bedrückend Warum gehen sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist Ein besonderes Jahr Lass uns diesen Perreux suchen Dann bin ich immer gespannt Ob wir den Perreux finden Achtung Kinder Nicht so schnell Hallo Gans Ja Sie sind unerschütterlich Ja Ihr Glaube ist Statt Aber schön was hier los ist Das hatten wir im anderen Teil nicht so Tja wenn die nicht vorher schon von den Ratten gefressen werden Hallo 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 Da ist unsere Messe Ist das da hinten Perreux? Psst Ja Wartet bis er fertig ist Oh Verzeihung Wir warten hier Vielen Dank Mein Herr Ich suche deine Nähe Beschütze diese demütigen Pilger Die sich in dunklen Zeiten Nachbarnherzigkeit sehnen Auf ihrer heiligen Reise Und empfange die Gebete der Bedürftigsten Amen Amen Ihr könnt jetzt zu ihm Danke Amen Amen heißt nicht Danke Weißt du? Reden wir mit ihm Oh wie süß Hallo Oh Hallo Und willkommen Ihr seid neu hier Ja Und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom Nein Wir suchen nach einer Insel Sie hat zwei Zähne Und da ist ein Vogel Und ein See Und da sind Blumen Es ist wahrscheinlich Eine Insel mit zwei großen Bergen Man sagte ihr könntet uns helfen Aus dem Stand nicht Aber ich habe irgendwo Eine Karte des Mittelmeers Wollt ihr sie sehen? Ja danke Das wäre perfekt Ihr Leute Oh oh Wartet hier Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen Was ist da los? Das Mädchen hat Soldaten getötet Sie ist bewaffnet und gefährlich Auf Geheiß von Graf Victor von Aal Durchsuchen wir dieses Lager Ich erkenne einen schuldigen Blick Aber Was du auch getan hast Du bist immer noch ein Kind Kommt mit mir Alter Wir müssen euch aus dem Lager schaffen Folgt mir Das hätte jetzt hart schief gehen können Was ist hier los? Aus dem Weg Zentrum räumen Sie suchen nach jemandem Kooperiert Und niemand wird verletzt Bitte Tut uns nicht weh Wir haben nichts getan Wir sind vorgültig Irgendwelche neuen Flieger Eindringlinge Doch Hier kommen jeden Tag neue Leute an Werden sie uns verraten? Nein aber Ich hoffe ihr tut Buße Ich versuch's Wir alle müssen uns dem Urteil stellen Langsam Da sind noch mehr Zwei Ein Mädchen und ein kleiner Junge Ich bin mir nicht sicher Wir sind so viele Dann denk nach Hey Vorsichtig Zurück Nein Ärger Versteckt euch unter dem Kern Ich kümmer mich umsicht Sehr bedrückende Situation Sehr 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 bedrückend Amicia Ich weiß Entschuldigung Ja resist Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen Sie sehen zwar nicht verdächtig aus Aber Wer weiß Besser als nichts Werfen wir einen Blick drauf Ihr habt ihn gehört Aufpassen und Augen offen halten Gute Idee Gehen wir jetzt Amicia Noch nicht Warte auf sein Zeichen Mhm Hey Ihr da Ich Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei Kommt Ruhig Gehen wir Oh man Auf der anderen Seite des Pferdegeheges Führt ein Pfad zum Meer Habt unendlich Dank Danke Seid vorsichtig Vielen Dank mein Freund Wir müssen hier weg Ich hoffe die Soldaten tun ihnen nichts Sie werden niemandem etwas tun Wenn sie uns nicht finden Entfernen wir uns so weit es geht So weit und so schnell es geht Einige Leute haben gerade ein Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt Sucht sie Oh nein Schnell Holy moly Alles gut wir schaffen das Wir müssen weg Ja Wir müssen weiter Wo sind wir? In einem Steinbruch Da sollen wir rein Es ist so dunkel Ich glaube Das ist der einzige Weg Das kriegen wir schon hin Gehen wir Was nicht Nimm meine Hand Du hast Soldaten getötet? Ja Ich Hab mich verloren Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham Bleiben wir bei der Sache Ja wir erzählen ja auch nicht dem kleinen Kind Dass wir jetzt irgendwelche Soldaten zerlegt haben Da ist jemand Ich höre nichts Woher weißt du das? Ich Ich spüre es Es sind wohl die Ratten Ich versuche mehr zu spüren Willst du das wirklich tun? Ja Keine Sorge Gut Sei vorsichtig Die Frage ist wo wir hin müssen Dahinten wollen wir auf jeden Fall runter Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen oder? Ach fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als tausend Engländer Tja weißt du Bescheid So Ihmchen hier haben wir ja ordentlich im Blick Würde mich freuen wenn er sich jetzt rumdreht Ist jetzt die Frage in welche Richtung der jetzt wieder weiter geht Wir schlüpfen einfach mal hier drunter Okay können wir ganz schnell looten Dankeschön Und weg hier Ganz schnell weg hier Schnell durch die Tür Easy Ja das ist eine sehr gute Frage wie die hier rauskommen Ich bin mir da auch noch nicht ganz so sicher Wie wir das hier raus schaffen Weiter geht's Ja wir müssten hier raus Lebst du noch? Hey Lebst du noch? Sehr schön Gehalt uns jemand an! Bleib wachsam! So Einmal schön hier rüber Ja da hat uns aktuell noch nicht gesehen Wie gesagt noch nicht heißt nicht dass er uns definitiv nie sehen wird Wie gesagt noch nicht Der wird uns nicht gefährlich Gut Aber er da hinten will halt auch echt keinen Meter weg machen Die Frage ist halt wie wir ihn da weg bekommen Hier kommen wir nicht durch Raus Wir müssen raus Vielleicht sollten wir zurück Nein Vorwärts Er ist da Okay Können wir nicht einfach irgendwo ein Steinchen hinwerfen und die gehen dann da gucken Glaub nicht ne Ne Hier hinten haben wir Ja da ist halt auch nichts zum hinwerfen das ist doch blöd Palim 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 Wie wird das denn jetzt gehobt hier? Schwierig Moment mal Nope Nix gesehen Nee Da war wohl nix Nö nö Da war auch nix So hier kommen wir erst mal so vorbei ohne dass der uns Sieht Hier Eine Falltür Ja das ist unser Fluchtweg Den hab ich ja gar nicht gesehen den Kollegen Ja Crap Sie geben nicht auf Boah das sind schlechter Hast du in der roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte Den einen treppen wir aber auch von hier oben nicht Hier gehen nochmal ein Stückchen hoch Versuchen unten rum zu gehen Den anderen Weg quasi Ja Wir schaffen es Ja Und du erholst dich Weil da unten haben wir nämlich ein bisschen was Wo wir uns im Gras verstecken können Sehr gut Das gefällt mir nämlich definitiv besser So ab rein hier Die Frage ist sind wir Ja wir gehen hier oben rum Der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien Das Mädchen hat deine Brüder getötet Sie wird an Ort und Stelle hingerichtet Und wo ist unser Graf? Sein Land wird von der Pest heim gesucht Er erteilt hier die Befehle Zeig etwas Respekt Die Kiste holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch Den Kollegen könnten wir theoretisch ausschalten Aber das schauen wir uns gleich mal an Wenn wir Glück haben Er uns hier nicht sieht Können wir gleich direkt da runter springen Und sind dann quasi erst mal Im Gras verborgen Wir sind fast da Amicia Ja Okay Da oben ist eine Person Sofern der Bogenschütze uns gleich nicht sieht Können wir weiter Shit der dreht sich jetzt auch schon rum Den bekommen wir aber auch so schnell nicht erledigt glaube ich Und hier können wir auch glaube ich nicht rüberspringen Nee Mist Er geht wieder Ich spüre sie unter mir Sie folgen uns Lass sie erst mal da unten Kommen wir da hoch? Hey komm mit hoch Ich versuch's Nein 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 Du hast nichts gesehen meine Freunde Ich werde schon paranoid Ja Sehr schön Wenn der da gleich weg ist Dann könnten wir ihn erledigen Sollten wir auch glaube ich Ihn da oben zumindest So er schaut gerade nicht hin Das heißt wir können uns hier hinter dem Ja Kleinen Stein verstecken Wenn er gleich rauskommt Müssen wir ihn leider erledigen Das tut mir etwas leid Aber Weg frei Sei vorsichtig Du bist müde Keine Sorge Okay Da wollen wir hin Wie sieht's denn hier erstmal aus? Gar nicht mal so gut Bisschen aufpassen Dass die uns nicht sehen Den könnten wir eigentlich Mit einem Bolzen erledigen Geht's dir noch gut? Aber ich will ja auch vor Ugo Nicht zu viele Leute töten Na los komm So er geht weg Hier oben haben wir wieder eine Kiste Die wir uns noch holen können Hier müssen wir nur Den Felsvorsprung Ist halt auch schade Dass wir deren Helme nicht runterbekommen Sag mir Wenn es zu schlimm wird Ich halte durch Bis wir in Sicherheit sind Hä? Was war das gerade? Hä? Schon wieder? Da steckt doch was dahinter Gut nichts Schon wieder Wir sind da aber Mir geht's nicht Fest verschlossen Wir finden einen anderen Bleib weg So schnell da rein Ganz ganz schnell da rein Dieses Mal auch ohne gesehen zu werden Wobei das hier jetzt gerade relativ knapp war Ja Oh Nein Es tut so weh Ich weiß nicht ob ich es schaffe Nein Wir gehen weit weg Ich beschütze dich Wir gehen zusammen auf die Insel Ja Wir müssen Hier raus Die arme Amicia Ich tue alles was ich kann Es stinkt so sehr Lauter Tote Oh man Nein Nein Stirb nicht Mir Ich stirb nicht Wir brauchen Es braucht einfach nur Ruhe Nein Nicht einschlafen Bitte Wach auf Bitte Was Nein Nein Sie kommen Amicia Bewegt dich Amicia Wach auf Sie sind auch hier Nein Sie sehen uns Was soll ich tun Amicia Ah Amicia Ah Ah Lecker Oh Oh yeah Oh yeah Das kriegen wir auch Geil Verdammt geil Was ist passiert Was ist passiert Höre ich da Ratten Keine Sorge Sie helfen uns Was Hey Ratten Hast du gesehen Ratten Ja Was ist hier passiert Sie Fressen Unsere Männer auf Vorsicht Soldaten Ich Kann nicht Ruhe dich aus Ich mach das Oh ja Bitte Ich zeig's dir Ho 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 Oh lecker Mega gut Es tut ihm zwar weh Aber es ist Ultra geil Mega gut Haha Hapa Hapa Haha Geil So Geschafft Was war das Hast du wirklich Ja Kannst du aufstehen Ich muss Ruhig Verdammt geil Los Gehen wir Verdammt geil Hast du sie wirklich Beherrscht Ja Ich Ich Darf sie Benutzen Na gut Gehen wir erst mal weiter Das ist so geil Das ist so mega gut Ähm Ja Jetzt haben wir hier eine gute Frage Wie wir hier jetzt am besten weiterkommen Weil jetzt müssen wir die Ratten ja leider verscheuchen Ich weiß halt nicht inwieweit das Ugo auch schadet Das ist so geil Wie wir hier weg Nö Weg kriegen wir die hier nicht Aber Wenn wir den ein oder anderen Potten bewerfen können Wir könnten aber auch einfach Ähm So einen machen So Sehr gut Wie fühlst du dich Ich kann sie immer noch Um meinen Kopf hören Hast du sie Wie früher kontrolliert Nicht wie früher Dieses Mal Gleich in ihren Köpfen Sei vorsichtig Sie dürfen dich nicht Beherrschen Die Makula will Dich einnehmen Deine Emotionen aufsaugen Du musst Sehr vorsichtig sein Er muss einfach lernen sie zu kontrollieren Und dann haben wir doch relativ leichtes Spiel mit allem drum und dran oder Warum sollten wir da runter wollen Ach die Ratten gehen dann nur runter Okay So ich hätte aber gerne den Mut Dankeschön Hoho Sehr geil Oh wie schön Die sich auch erledigen lassen Ähm Da wollen wir durch Ich möchte die Packel aber auf jeden Fall mitnehmen Mir ist kalt Muss mich schneller bewegen Ja Das hält dich warm Ja Definitiv Sehr gut Okay Wir legen die Packel hier wieder ab Brauchen sie ja doch nicht Wir können jetzt einmal nach oben Wir können aber auch gucken Ob wir hier raus gehen Jetzt haben wir hier irgendwie zehn Wege Um hier raus zu kommen scheinbar Ich habe ja die Hoffnung Dass wir hier oben noch ein bisschen Material bekommen Da können wir zumindest schon mal durch Ein Stück Stoff Der ist neu Okay Wären wir hier einfach nicht durchgekommen oder was Dein Verband ist schmutzig Wechseln wir ihn Wir könnten die hier verwenden Sie sind sauber So Damit fühlst du dich besser Hoffentlich Welchen? Ist mir ich Den da Nicht bewegen Entschuldige Fertig Ah kümmert sich gut um uns Danke Ich hoffe das hilft Okay bleibt nur noch ein Weg über Und das ist dieser hier Meine Güte Dieser Ort ist so groß Wie sollen wir Wir schaffen das Stirb bitte nicht Noch nicht Amicia Da verstecken sich Ratten in den Becken Vielleicht kannst du sie rauslocken Soldaten Ratten Vorsicht Ich pass auf dich auf Na los Benutz sie Ja Ich bringe uns da durch Mega gut Ganz ruhig Konzentrier dich Machen wir uns den Weg frei Den wir brauchen Dich kriegen wir Hehehe So Ihn kriegen wir leider nicht Da oben scheint auch keiner mehr zu sein Den kriegen wir auch nicht Die fehlen der Fliecher Wieder rechts Oh Ja ein paar Wege bleiben uns leider versperrt Hier können wir runter Sehr schön Das Haus würde ich auch sehr gerne rein Das heißt wir Gehen mal den ersten Stock Und gucken uns mal an was es da so zum Fressen gibt Hehehe Hehehe Oh ja Sehr gut Gut jetzt müssen wir nochmal da runter Hopp Ja Mist da kommen wir nicht hin Okay Ja einen Großteil haben wir auf jeden Fall Oh la logisch Ja mach Nicht die gleichen Fehler wie ich Das ist alles Ja ok Das funktioniert so leider nicht wie ich mir das vorgestellt hab Ähm Oder Ne anzünden können wir ihn leider nicht Aber wir können ihn ersticken Ah wir haben leider keine Ratten mehr Das ist natürlich blöd Oh das hier Gut Dankeschön Ähm Ah die können wir auch craften Ne Leider nicht Schade Gut hier ne Ah da unten wären noch Ratten gewesen Sehr schön Jetzt gehen wir aber erstmal looten Das ist aber gut dass wir jetzt die Ratten kontrollieren können Das heißt wir können da ein bisschen was machen Hier ist noch ein Pot Sehr gut Sonst haben wir hier erstmal nix mehr Amesia Die Ratten rufen Sie mögen es wenn ich sie benutze Genau deswegen Musst du aufpassen Definitiv muss er da ein bisschen aufpassen Oh Übers Wasser kann man natürlich nicht Ist klar Aber über die Brücke Okay die kriegen wir Den kriegen wir da nicht Ne Dadurch dass die Fackeln haben Kriegen wir die nicht Schade Heißt aber Wir sind hier jetzt erstmal ein bisschen safe Hier geht's runter Alles klar Wir können uns hier mal ein bisschen umschauen Ohne dass wir Angst haben müssen Weg gesehen zu werden So Hier können wir auch nochmal checken Da sind noch Ratten Oder eher gesagt Da sind noch unsere Alter Jetzt hatte ich mal ganz kurz ein bisschen Panik Dass die uns jetzt doch noch fressen kommen Kriegen wir die eigentlich Können wir die noch Ne die können wir nicht mehr benutzen Okay gar kein Thema Dann würde ich mal sagen Machen wir uns doch erstmal hier Durch Okay das ist schlecht Das kam von da drüben Nicht hierher Nicht hierher Okay gut das haben wir schon mal geschafft hier rein zu kommen Nicht gut Was 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 Wir sind hier nirgendwo Nein, 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 nein Nope. Hier versteckt sich niemand. Wir wollen einfach nur hier durch. Das schaffen wir jetzt auch. Shit. Das ist jetzt die Frage. Kriegen die uns oder kriegen die uns hier nicht? Sie können nicht weit sein! Sucht überall! Okay. Gut. Die Frage ist jetzt natürlich. Wer wird uns sehen? Wer wird uns nicht sehen? Scheiße! Er ist tot! Okay, der ist erstmal weg. Der ist tot. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Haben wir hier noch jemanden? Nein. Wir sind da. Endlich. Okay, super. Können wir also auch durch. Perfekt. Wir haben es wirklich geschafft. Hier seid ihr. Wir wollen euren Widerstand bezahlen. Spürt den Biss des Biestes. Verdammte Hexen. Ich zerbreche dir. Sieh dich an. Es klappt nicht, Amicia. Es klappt nicht, Amicia. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber irgendwas hat auf jeden Fall funktioniert. In Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr. Da! Da sind sie! Sie kam! Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es! Schnell! Oh yeah! Geh weg! Das reicht! Jetzt geht's richtig ab. Aufhören! Sonst töte ich euch alle! Ich hab die Monster. Oh ja, sehr schön. Na komm her. Komm her, mein Süßer. Ihr seid die Monster. Konzentrier dich. Sonst verlierst du die Kontrolle. Ich hasse euch in eurer Armee. Kommt ruhig. Sie werden euch auch fressen. Oh ja. Ich fresse dich. Alter. Wäre einfach auf ihn warten können, ne? Hallo. Weiter geht's. Ach Quatsch. Du verlierst die Kontrolle. Nein, das schaffen wir. Ugo? Ugo? Was ist los? Was ist los? Oh fuck. Oh nein. Ugo? Ugo? Was ist los? Nein! Die Frage ist halt, würden die Ratten uns wirklich was tun? Oder würden sie Ugo, äh... Wir müssen hier raus! Vielleicht doch irgendwie beschützen. Was? Was soll der ganze lernen? Was ist passiert? Ach, gar nichts. Alles gut. Alles gut komplett. Ich... bring uns hier raus! Ich... Ich hab's wieder getan. Bist du in Villa? Ich tue hier so leid. Ich... schaffe das! Ich... schaffe das! Ich... schaffe das! Ich... mach... Amicia, komm! Ich kann nicht! Bitte! Ich kann nicht! Amicia, schnell! Ich kann nicht! Amicia! Bitte, komm! Bitte, Amicia!